Heute zeige ich euch, wie man ganz einfach Forellen räuchert. Streut dazu die Fische ordentlich von innen und außen mit Salz und Pfeffer ein. Deckt sie ab und stellt sie für 6 bis 24 Stunden in den Kühlschrank. Und am nächsten Tag wascht ihr die Forellen und tupft sie trocken. Nun werden die Forellen mit Haken versehen. Die Haken verlinke ich euch unterhalb des Videos in der Infobox. Außerdem wird das Räuchermehl zum Räuchern vorbereitet. Anschließend landen die Forellen bei 90 Grad für eine gute Stunde im Smoker. Wenn ihr keinen Smoker habt, kein Problem, ihr könnt Forellen auch im Gas- oder Kugelgrill räuchern. Schaut mal in die Infobox unterhalb des Videos. Dort findet ihr auch weitere leckere Fischrezepte. Und so sieht es nach einer Stunde aus. Guten Appetit! Untertitelung des ZDF für funk, 2017